Es wird langsam Frühling und somit auch das Eisessen wieder populärer. Bei Eskimo feiert man zum Beispiel 20 Jahre Magnum mit einer Goldversion. Dazu andere Innovationen, wie zum Beispiel ein Gitarreneis oder alkoholisches Eis für Erwachsene oder Marshmallow-Eis für Kinder. Wenn das die Sascha Walitschek hört. Und da haben wir 2010 heuer etwas ganz besonderes, nämlich Connected Enigma. Enigma ist ein drittisches Wort, das bedeutet Rätsel, rätselhaftes Geheimnis. Und das Geheimnis, wenn man das lüften will, muss man ins Innere des Strätsels vordringen. Und zwar ist das der weiche, flüssige Kern. Besonders praktisch Unilever, die Megamutter von Eskimo, Langnese und so weiter, gehört auch Slimfast. Falls einmal zu tief in die Eistruhe gelangt wird. Wie praktisch. Wenn das die Eistruhe gelangt wird.